Zuhören, anpacken, gestalten. Herausfordernde Zeiten brauchen mutige Ideen für unsere Heimat, unseren Wahlkreis, unsere Zukunft. Das ist mein Anspruch und mein Versprechen an Sie. Mein Name ist Thomas Peters. Ich lebe mit meiner Familie im schönen Wendthorf bei Hamburg und möchte unseren Wahlkreis und damit Sie im Deutschen Bundestag vertreten. Mein halbes Leben bin ich mittlerweile kommunalpolitisch aktiv und sehe, wo vor Ort der Schuh drückt. Wir brauchen Investitionen in unsere Straßen, in die digitale Infrastruktur und unsere kulturellen Einrichtungen, Vereine und Verbände hier im Wahlkreis. Das geht nur mit einer starken Stimme in Berlin. Als Familienvater und Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens weiß ich, es geht jetzt mehr denn je darum, Deutschland zu modernisieren, Arbeitsplätze zukunftsfest zu machen und unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Gemeinsam können wir Deutschland zum Innovationsweltmeister machen. Wir brauchen schnelles Netz, weniger komplizierte Antragsformulare, mehr schlanke Lösungen, weniger Kreidetafeln, mehr modernes Lernen. Digitaler werden in Bildung, in Wirtschaft wie im gesamten Leben. So geht Zukunft. Nur gemeinsam können wir Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft verbinden. Das geht ohne Verbote, dafür mit kreativen Ideen und finanziellen Anreizen. Auch in der Landwirtschaft gehören konventionelle und ökologische Landwirtschaft nicht gegeneinander ausgespielt. Wir brauchen beide, um unsere Ernährung sicherzustellen. Am 26. September ist Bundestagswahl. Lassen Sie uns gemeinsam in die Zukunft gehen. Zuhören, anpacken, gestalten. Ich möchte mich einsetzen. Für Sie.